Im Paradiso des Monante Angelis Jerusalem, die verletzten Zivilität Ja, Junge, welchen Pfaffe. Ich kann ihn nicht mehr ansehen. Ich hast den Narziss. Und ich Goldwunsch. Im Paradiso Hey Narziss, hast du einen besten Freund? An unsere Liebe aus Gott gehören. Wir drei können ja zusammen Freunde sein. Du, ich und Gott. Du siehst gar nicht aus wie ein Mönch. Wie ein richtiger Mann. Goldwunsch ist wie ein Vogel im Käfig. Er muss hinaus in die Welt. Du weißt auch, dass er hier nicht glücklich werden wird. Was auch immer du da draußen gesehen hast, gehört nicht hierher. Vielleicht gehöre ich auch nicht mehr hierher. Meister Niklaus, ich habe eure Maria in der Kathedrale gesehen. Ich muss von euch lernen. Armut. Gehorsam Keuschheit. Dein Leben lang. Es ist meine Bestimmung. Er soll mich auch küssten. Nein! Goldmund. Was ist denn passiert? Mehr als in ein Leben passt. Ich habe viel Gutes und viel Schlechtes erlebt. Aber auch große Schönheit. Ich habe mich ein Leben lang hinter meinen Büchern versteckt. Nathis. Dies hier ist deine Bestimmung. Du hast immer gesagt, die Welt ist göttlich. Dass es keine Antworten gibt. Nur große Fragen. Ist es nicht mutiger, hinauszugehen, Fehler zu machen? Damals hast du mich fortgeschickt, weil ich dich mehr liebte als mich selbst.